Hahaha, du wirst niemals gegen mich gewinnen. Ah, au, oh. Ladybug, geht's dir gut? Bist du okay? Mir geht's gut. Du musst unbedingt diesen Bösewicht fangen. Keine Sorge, den schnapp ich mir jetzt. Hey! Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er? Wo ist er? Nein, er hat uns umgewandelt. Oh nein, was tun wir jetzt? Was tun wir jetzt? Wir müssen unbedingt Dr. Auer besuchen. Sie wird uns weiterhelfen. Ladybug, Supercat, wie seht ihr denn aus? Der Bösewicht hat unsere Kostüme gewechselt. Oh Schreck, wir kriegen das schon irgendwie hin. Setzt euch hin. Hm, ich muss mir das mal genauer anschauen. Dafür brauche ich meinen Mikroskop. Und ich nehme eine Haarprobe von dir. Ladybug, du bist als erstes dran. Au, au, au. Entschuldigung. Hm. Hm, mal sehen. Und, und, was siehst du da? Kannst du uns endlich helfen? Da steckt Magie dahinter. Dafür habe ich ein ganz spezielles Buch. Was ist das hier? Oh, ich habe es gefunden. So, Auer, ich habe hier eine spezielle Schüssel. Prima, danke schön. Zuerst brauchen wir... Ah, ich weiß. Das habe ich lange nicht mehr benutzt. Oh, wir müssen uns beeilen. Wir müssen den Bösewicht noch einschnappen. Okay, okay. Danach brauchen wir hiervon noch was. Doc McStuffins, kannst du mir die blaue Tinktur holen, bitte? Ja, natürlich. Ich bin gleich zurück. Super, vielen Dank. Dann brauchen wir noch ein wenig hiervon. Und noch gut umrühren. Wer ist zuerst dran? Ich, ich. Jetzt warten wir noch drei Sekunden. Eins, zwei, drei. Jetzt probiert's. Oh, es hat geklappt. Ja, juhu, juhu. Super, es hat geklappt. So, jetzt könnt ihr den Bösewicht schnappen. Nein, diesmal kriegen wir ihn. Danke, Dr. Aua. Dr. Aua, ich brauche unbedingt deine Hilfe. Oh, Anna, das sieht dir aus, als hättest du Windpocken. Ich weiß nicht, ich bin so heute Morgen aufgewacht und es juckt ganz doll. Ich muss mir das mal genauer anschauen, aber dafür brauche ich unbedingt Handschuhe. Nicht, dass es ansteckend ist. Erstmal waschen wir dein Gesicht. Oh, das brennt, das brennt, das brennt. Anna, das sieht aus, als hättest du eine Allergie. Was hast du denn heute Morgen gegessen? Lass mich überlegen. Ich hab einen Hotdog gegessen, äh, ein Makaron und eine Mandarine. Das war's. Dr. Aua, ich hab alle drei Sachen hier. Super, vielen Dank. Lass uns mal probieren. Hier haben wir einen Hotdog. Hm, ich fühle nichts. Es scheint nicht am Hotdog zu liegen. Hier haben wir einen Makaron. Nein, ich fühle hier auch nichts. Dann muss es wohl die Mandarine sein. Hatschi, Hatschi, Hatschi. Du hast eine Mandarinenallergie. Nimm das, dann geht's dir gleich wieder viel besser. Lass uns schauen, wie's Anna geht. Oh, alle roten Punkte sind weg. Juhu, endlich. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte. Und immer daran denken, Finger weg von Mandarinen. Danke für mein Medikament. Tschüss. Pass auf dich auf. Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Reinspaziert. Hallo, Dr. Aua. Ich komme zu meiner jährlichen Untersuchung. Na klar, Ladybug. Ich nehme erst mal mein Stethoskop und dann höre ich dich erst mal ab. Was ist das denn? Das war einmal meine Klinik. Was? Ladybug, was erzählst du denn da? Haha, ich bin nicht Ladybug. Wer bist du denn? Haha, ich bin Anti-Bug. Hahaha. Hereinspaziert. Hallo. Äh, wo ist denn Dr. Aua? Dr. Aua ist krank. Hehehe. Hm, okay. Aber mein Fuß tut echt weh. Kann sich das jemand anderes anschauen? Na klar, das mache ich. Lass uns mal gucken. Erst mal die Schuhe ausziehen. Tut das hier weh? Ah, ja. Da. Hm, okay. Oh, du hast aber schöne Ohrläppchen. Äh, nicht anfassen, bitte. Nicht anfassen. Gib mir deine Ohrringe. Sofort. Oh, was machst du? Geh runter von mir. Runter von mir. Ah. Du bist ja gar keine Ärztin. Du bist Anti-Bug. Dicke, jetzt. Na los. Was hast du mit Dr. Aua gemacht? Haha, Dr. Aua kommt nie wieder zurück. Oh, hey, hey. Ich sehe nichts. Weg mit dir. Es ist und bleibt meine Klinik. Hahaha. Das werden wir ja noch sehen. Komm her. Komm her. Ah. Ey, lass los. Ah. Oh. Au. Du wirst mich niemals besiegen. Hahaha. Ah. Ah. Oh, nein. Ah, super Chance. Ein Spiegel? Was kann ich damit machen? Ah, ich weiß. Hahaha. Hahaha. Ha. Oh, endlich ist sie weg. Aber wo ist Dr. Aua? Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Dr. Aua, es ist schön, dich wieder zu sehen. Hilf mir, Ladybug. Hilf mir. Oh, danke. Oh, bin ich erschöpft. Keine Sorge, Ladybug. Ich gebe dir eine Massage. Danke für deine Hilfe. Oh, das tut gut. Das hast du dir verdient. Das hast du dir verdient. Äh, was ist das denn für eine Creme? Das ist, dass es dann mit deinem Gesicht sich auch erholt. Oh, das fühlt sich so schön an. Erhol dich noch ein paar Minuten, Ladybug. Ich räume in der Zwischenzeit etwas auf. Ich räume in der Zwischenzeit etwas auf. Schlaf dich auf. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.